Radio Klartext Nachrichten Bei den Wiederholungswahlen in Berlin hat die AfD deutlich an Stimmen zugelegt. In 455 Stimmbezirken hatte die Partei im September 2021 noch 70 Prozent der Stimmen erreicht. Diesmal waren es 12,6 Prozent. In jedem Bezirk hat die AfD deutlich hinzugewonnen. Besonders dominant ist das Ergebnis in Marzahn-Hellersdorf. Statt 18,5 Prozent wählten dort nun über 33 Prozent die AfD. Das bedeutet mit großem Vorsprung Platz 1 vor der CDU mit 21,5 Prozent. Die SPD, die zuvor mit 24,5 Prozent die stärkste Partei geworden war, erreichte diesmal nur noch 9,4 Prozent. Selbst in der grünen Hochburg Pankow kletterte die AfD von 8,0 auf 14,8 Prozent. Das staatlich subventionierte Medienportal Korrektiv hat mit einer Drohung auf die Abgabe von sieben eidesstaatlichen Versicherungen gegen seine Berichterstattung reagiert. Der Gründer des Journalisten-Netzwerks Schraven schrieb auf der Plattform X, er wäre an der Stelle der Leute sehr vorsichtig. Der zu renommierten Medienkanzlei Höcker gehörende Rechtsanwalt Brennecke hatte zuvor angekündigt, gegen die Behauptungen von Korrektiv gerichtlich vorzugehen. Sieben Teilnehmer des Potsdam-Treffens versicherten an Eidesstadt, dass die Korrektivwertung über die Ausweisung deutscher Staatsbürger oder eine Ausweisung nach rassistischen Kriterien gesprochen falsch sei. Der Physik-Nobelpreisträger Stephen Chu hat öffentlich mit der Energiepolitik der Grünen abgerechnet. Man könne sich um das Klima sorgen und dennoch abstruse Ideen haben, sagte er in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Grünen verbreiteten viele Falschinformationen. Wenn die Partei vernünftig wäre, würden sie die Kernenergie den Alternativen wie Gaskraftwerken vorziehen. Die Ressource Gas würde bei der Energiegewinnung viele klimaschädliche Emissionen produzieren. Diese müsse man zuerst aufwendig wieder einfangen. Wer Erdgas ohne diese Abscheidung will, der sei nicht wirklich am Klima und an Nachhaltigkeit interessiert. Seit dem Russland-Ukraine-Krieg hat Deutschland unter dem grünen Wirtschaftsminister Habeck von russischem Erdgas auf amerikanisches Flüssiggas umgesattelt. Die EU-Kommission leitet ein neues Verfahren gegen Ungarn ein. Dabei geht es nach Kommissionsangaben um ein Gesetz, mit dem die Regierung von Viktor Orban ausländische Einmischung verhindern will. In der geschaffenen Regierungsbehörde für Souveränität sieht Brüssel ein Mittel zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und anderer Grundrechte in Ungarn. Die in der Verfassung verankerte Behörde soll das Gesetz zum Schutz der nationalen Souveränität durchsetzen und Organisationen ausfindig machen, die Finanzmittel aus dem Ausland erhalten und darauf abzielen, den Wählerwellen in Ungarn zu beeinflussen. Auf allen Internetplattformen ist die AfD deutlich erfolgreicher als die anderen großen Parteien. TikTok-Videos des offiziellen Kanals der AfD-Bundestagsfraktion erreichten zwischen Januar 2022 und Dezember 2023 im Schnitt 430.000 Impressionen pro Video. Die FDP kam lediglich auf rund 53.000, die restlichen Parteien lagen noch weiter zurück. Die Zahl der Impressionen gibt an, wie häufig der Inhalt Nutzern angezeigt wurde. Auch auf Facebook hat die AfD mehr als doppelt so viele Fans wie die restlichen Parteien zusammen. Auf YouTube mehr als das Zehnfache. Bei den durchschnittlichen Aufrufen pro YouTube-Video liegt die AfD bei fast 37.000, die CSU erreicht noch knapp über 10.000. Die anderen Parteien finden im Schnitt nicht einmal 5.000 Zuschauer pro Video. Die Preise für deutsche Wohnimmobilien sind 2023 einer Studie zufolge so stark gefallen, wie seit mindestens 60 Jahren nicht. Eigentumswohnungen verbilligten sich um knapp 9 Prozent, Einfamilienhäuser um über 11 Prozent und Mehrfamilienhäuser um 20 Prozent, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft mitteilt. Inflationsbereinigt, also gemessen in aktueller Kaufkraft, fällt die Wertminderung demnach noch beträchtlicher aus. Sie liegt etwa 5 Prozentpunkte höher. Geschwindigkeit und Ausmaß des gegenwärtigen Preisverfalls bei Immobilien in Deutschland seien historisch einmalig, hieß es in der Studie. Einer der Hauptgründe seien die drastisch gestiegenen Zinsen auch für Baukredite. Das Wetter. Heute Mittag und am Nachmittag wechselnd bewölkt und Schauer, Höchsttemperatur 7 bis 12 Grad in der Nacht, nachlassende Schauer und Auflockerungen, Temperaturregang auf plus 5 bis 0 Grad. Und nun weiter mit der besten Musik aus dem Elbtal auf Radio Klartext.